Einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich melde mich dann auch mal wieder zurück. Ja, leider ist es mir aus, naja, real-life-technischen Gründen momentan nicht möglich, so regelmäßig irgendwelche Videos zu posten, weshalb auch meine Online-Projekte etwas auf Eis liegen. Aber ich habe hier so eine kleine Ankündigung, was, was ich so nebenbei dann halt auch noch schaffe, weil es halt nicht online ist, vielleicht erkennen es einige, das Spiel Skyrim, also Vialen Scrolls 5 müsste das sein, ja, 5. Bei mir hier gerade etwas gemoddet, mein großer Charakter, dieser Vierer, wie sieht der hier? Ähm, ich möchte da jetzt eigentlich gar nicht so viel verraten, das soll jetzt nur mal so ein kleines Intro werden. Und ich denke mal, wer Interesse hat an einem kleinen Let's Play, den sehe ich dann gleich wieder mit einem frischen Charakter und ja, let's fight's, ne?